Da sind wir bei der dritten Folge von das Leben eines Admins und heute haben wir ja jetzt mal einen godmom positive an. Ja? Was? Ja! Au,au,au,au,au. Oha,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au. Ja, ich, kurz, weg. Ich habe es verstanden. Au,au,au,au,au,au. Ich muss weg. Ja, tschau. Wieso noch musst du weg? Nein! Ha! Und wir kämpfen noch gegen das Leben ... Na, ich komm wieder. Köln auch ein Jahr kann der Erfolgsregelung ich bin da nur 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 weil ich bin nur ein paar hallo Block für ziemlich jetzt in der Höhle und Spielkollung Spawn, Wobb, Spyder, 15. Nein. Ich, ich war nicht. Hey, Raffi, wort mich mal zu dir? Okay. Ja, danke. Autsch. Ich bin in der Tacke. Ich war nicht damit zu easy. Du brauchst mich zu dir, ich fällst dir. Ich bin bei dir, du bist bei mir. Na, ich bin mal wieder im ewigen. Ah, na, spinnen. Hehehe. Stirb, 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 stirb. Ich hab nur noch kein Leben. Ich sterb dir, du bist. Ich hau einfach mal an. Ja, und du machst es mit Diamantschwert, oder? Ich hau einfach mit der Hand an. Oh, ho, ho. Ja, ich verletzt sogar mal welche. Au rein. Au rein. Ich hab alle besiegt. Äh, nö. Doch, mir stehen immer noch welche. Näh, egal. Wo stehen noch welche? Ja, um mich herum, ich kann nicht mal richtig laufen. Du bist tot. Mal wieder, oder? Vielleicht liegt es daran, dass du tot bist. Ja, nö, bei mir stand dran, dass ich noch die Hälfte, ach ja, dass ich noch die Hälfte an Leben hab, ja, und da war da Spinnung gegangen. Ist Habo eigentlich am Server? Dieses Mal machen sie. Habo? Ach so, das ist ja Essen, genau. Bitte überhaupt nicht zu, dir. Ja. Alter, ich find's voll fies, dass fast alle auf dem Server ein Admin-Recht haben. Oder viele Rechte haben. Hm. Ich verschreibe mich jedes Mal. Du kämpfst jetzt gegen Zombies mit einem Diamantschwert. Okay. Kern. Wie viele Zombies? Mach mal 100. Es gehen maximal 10 auf einmal, also. Ja, nee, 100 nicht, aber. Okay, dann macht man richtig. Hopp. Zombie... Fünf. Na, nee. Ja, okay, fünf. Fünf. Fünf erstmal. Okay, wann kommen die? Die sind schon da. Oh, Schnetzel! Du bist tot! Stirb! Stirb! Du bist tot! Das muss gar nicht sein. Doch, mach. Nein, ich schnapp. Nein, ich schnapp. Bei mir ist grad gestanden, Minecraft 4 009 wurde von einem Zombie getötet. Okay, jetzt breitet sich aus. Okay, dann gib mir jetzt ein Diamantschwert und Diamantrüstung, die komplette. Und dann machen wir nochmal. Okay. Ja, Respawn halt, Mongo. Da, aber das bekomme ich dann alles wieder. Ja, klar, ich sterb doch sowieso, also. Jawohl, Diamantrüstung. Bam, bam, bam. Achtung, los! Das macht Spaß gegen Viecherz. Äh, ich bin noch nicht mal da. Doch, bei mir stehst du schon da. Ich hab noch gar nichts. Ja, Schnetzel einfach schon mal los. Ich hau einfach schon mal rein. Hat sie jetzt. Ah, ja. Ja. War kurz. Warte. Ich muss mich erst noch anziehen. Okay, da hat's. Stirb. Schnackst du dich gut, welche? Greif dich irgendwie nicht an. Ja, na gut, dann greif ich sie an. Ah! Siehst du sie überhaupt? Und schlage ich mich gut? Ich glaub, keine Ahnung. Bei mir tust du überhaupt nichts, ich stehe es nur dumm da. Ich bin im ewigen Nichts und schlag ins ewige Nichts. Langweilig. Aber sie stirb. Sterbt alle, ihr blöden Dinger. Ich ruhr ab mich mal kurz rum. Mal schauen, ob da was geht. Äh, ja. Iiiiih, sterbt ihr blöden Tiere. Oder was ihr auch immer sein sollt. Zombies. Nein, das sind keine Zombies. Mach, 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 mach. Mach, mach. Mach, mach. Mach, mach. Habt ihr Giants? Oder mach, geil. Wirst du den Giant kämpfen? Ja. Ich will verrecken. Bist du jetzt da? Wenn ich mal irgendwo stehen könnte, dann würde ich jedes... Nein, ich bin nirgends. Unter mir ist blau, über mir ist weiß. Nein. Und die Saal fiebt noch irgendwo rum. Dann mach schnell mal Relog. Ich hab's schon eingegeben. Ein Giant. Eine? Ich bin gespannt, wie das Ding aussieht. Okay, ey, ich bin hier. Pump, in dem Loch. Das... Wo? Wow. Scheiße. Ich seh gar nichts. Ach. Iiiih, der springt. Wah. Stirb Giant, stirb. Ich schneide einfach mal... Das hat irgendwie keine Leben. Hahaha. Irgendwie... Es ist lustig, mir zuzusehen, wie ich Viechermetzel, oder? Aber dabei... Irgendwie... Gut, dann lassen wir's jetzt einfach. Wow. Den kill ich jetzt noch schnell. Stirb. Ich bin weg. Warum? Ich bin mal wieder in die ewige... Ich bin mal wieder ins ewige Nichts gefallen. Stirb. Der Giant ist gerade nach der Wand gestanden. Stirb, nein. Stirb, 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 stirb. Er zieht drei Leben. So, ich bin tot. Der Giant auch. Cool, ich hab ihn getötet. Nein, das weiß ich. Hm. Naja. Ich guck mir jetzt weiter das Leben eines Admins. Mann, wir nehmen gerade eins auf. Oh. Ach, wir nehmen gerade noch eins auf. Ja. Ach so, deswegen ist es eher unpraktisch, davon jetzt was zu gucken. Ja. Egal. Aber... Nee, komm, so eine Minute. Wo ist unser Atmen hin, den wir aufnehmen wollten? Welcher? Ja, unser... Jetzt komm mal wieder auf den Server. Unsere Azora. Jetzt mach ich halt was mit Toxic. Ja. Entschuldigung, ich hab's mal wieder weggebasht. Ich hab's weggebasht. Oh, ich fall mal... Ja, ich bin im Spawn. Ich renne jetzt einfach Toxic hinterher. Ah, das ist so ein Zombie. Ich stehe an den Z-O-M-B-3-Y. Das ist Z-O-M-B-3-Y. Das ist Z-O-M-B-3-Y. Das ist Z-O-M-B-3-Y. Das ist Z-O-M-B-3-Y. Z-O-M-B-3-Y. Das ist Z-O-M-B-3-Y. Das ist Z-O-M-B-3-Y. Ich bin jetzt auf Droge. Oh, Droge. Ich bin cool, ich will auch Droge. Ich hab immer noch über die Z-O-M-B-3-Y. Ich kann mich nicht bewegen. Ich mag ins Wasser, ich mag ins Wasser, ich mag ins Wasser. Ich hab ziemlich viel Drogen bei mir daheim. Meinst du, als in der realen Welt oder im Spiel? Das bringt nix. Beides? Aha, gut zu wissen. Naja, wenn ich jetzt nicht mehr auf Droge bin, dann verabschiede ich mich. Oh, ich bin nicht mehr auf Droge. Also dann bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, das Leben eines Admins. Ciao.